Hallo und herzlich willkommen zu Collins Videos. Heute gibt es auf jeden Fall mal wieder einen Garten-Vlog. Und zwar hängt noch ein bisschen Weihnachts-Deko, die werden wir in diesem Video auf jeden Fall abbauen, ein paar Zeitraffer. Heute mal wieder mit dem Handy gefilmt und zwar mit meinem Gimbal. Werden wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, das bringt Spaß und ich wünsche euch viel Spaß bei den Videos. Danke. So, ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen, das Ganze hier abzubauen und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Zeitraffer. Bis zum nächsten Mal. Ja, hallo. Ich bin der coole Junge. 2000 Jahre später. Ja, Leute, nochmal kurz zu sagen, was ich dieses Jahr wieder alles im Bauwagen versuchen möchte zu machen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und zwar kommen dieses Jahr diese Leisten hier oben neu. Und dann werde ich auf jeden Fall den ganzen Bauwagen nochmal wieder in diesem Ton streichen. Also zumindest die Sachen, die ich noch nicht gestrichen hatte. Dann werden die Fenster weiß gemacht. Neue Gardinen möchte ich auf jeden Fall haben. Dann das Dach wird hellgrau gestrichen, also damit das auch mal etwas schöner aussieht. Und hier vorne möchte ich dann noch einfach noch die Trittchen bauen. Aber hier ist ja jetzt nur so eine Kack-Trittleiter. Und drin ist momentan ein Bezug aufgeräumt. Dann möchte ich dann gerne noch Laminat einlegen. Und wenn ich dann noch ein bisschen Geld überhabe, kommt hier an der Seite auf jeden Fall einen Kamin hin. Und dann möchte ich dann noch ein bisschen Geld überhabe. Das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.